So, ich kriege ja immer die Beschwerde von Männern, dass die Frauen so unsagbar kompliziert sind, dass es heutzutage alles so schwierig ist und überhaupt so, ja, überhaupt nicht verständlich. So, gerade habe ich ein Video produziert, wo ich nicht abgelästert habe und jetzt probiere ich mich mal in einer etwas freieren Antwort, wo ich jetzt mal so rein spüre, was will denn jetzt hier gesagt werden, zu warum sind die Frauen so. Ja, also, die Frauen sind so, weil sie sind ja sozusagen mehr verbunden mit dem Sein durch ihre Öffnung, durch ihren Spalt und drücken sozusagen mehr das aus, was jetzt hier gerade auf der Erde erlebt wird, sprich die energetischen Umwälzungen, die hier jetzt gerade dazu führen, dass überall die Naturgewalten einschlagen, dass politisch und innen- und außenpolitisch auf sämtlichen Ebenen der globalen Organisationen als auch im Dorf, ne, alle möglichen Dinge rauskommen, also, wie soll ich sagen, die Frau ist da mehr verbunden mit und drückt eben mehr diese Entwicklungen aus, das heißt, sie ist feinfühliger, sie geht mehr nach Gefühl, sie lässt sich nicht mehr in irgendwelche Schemata, Strukturen, Organisationen reinpressen, so wie das ja sozusagen die männliche, der männliche Pol, dem wohnt das ja inne, dass alles irgendwie eben eine Form hat und Regeln und Grenzen und eine Organisation gibt und die Frau ist ja so, ne, das wilde Wesen, was da sozusagen frei drum herum springt, so, und sie ist also komplizierter, weil sie näher damit verbunden ist mit den aktuellen Entwicklungen, und weil sie auch eben emotional, ja, emotional feinfühliger wahrnimmt und eben nicht mehr bereit ist, sich zu verbiegen, sich zu zwingen und zum Beispiel ja auch die Kinder zu zwingen zu Dingen, so wie jetzt zum Beispiel das Schulsystem das vorschreibt, vorsieht, so, und das ist natürlich für den Struktur brauchenden Mann und gebenden Mann, ist das schwierig, so, das ist jetzt eine energetische Antwort, auf sexueller Ebene könnten wir sagen, sie mag das Gerammel nicht mehr mitmachen, einfach nur, damit du dich abreagieren kannst und jetzt da einmal kurz einen Höhepunkt hast, sondern sie möchte eine tief erlebte, wahrhaftige Begegnung mit dir auf Augenhöhe und wäre die Frage, ja, bist du an dem Punkt oder machst du noch Dienst nach Vorschrift? Und wenn wir das ja auf die Geschlechter vergleichen, dann ist es natürlich so, dass die Frauen da schon weiter sind und es macht es kompliziert, oder der Mann sagt dazu, es ist kompliziert, für die Frau ist es ja auch komplizierter, weil für dieses, ja, wir spüren rein, was wir gerade brauchen, gibt es ja keine Regel, keine Norm, ja, und natürlich haben wir jetzt, wir Frauen, in unserem Tagesablauf mit den Kindern, mit den ganzen Anforderungen, haben wir ja auch eigentlich viel mehr, ja, wie sag ich das denn jetzt, Ansprüche, die wir halt erfüllen dürfen, von außen, also klar, unseren eigenen Anspruch haben wir ja auch und natürlich sorgt das ja auch dafür, dass dann da vielleicht die Unzufriedenheit und die Freude, also die Unzufriedenheit ist größer, die Freude ist kleiner, es geht ja auch um Depressionen, um Angstzustände, um diese ganzen Dinge, all das ist ja auch alles bei Frauen sehr stark verbreitet, so. Auf welcher Ebene ist sie noch kompliziert, energetisch, sexuell, emotional, ja, sie hat eben, erlebt eben ihre Emotionen sehr deutlich und, ähm, je nachdem, wie du eben damit umgehst, wenn du sie nur abbügelst oder dich aufregst und sie soll auch jetzt wieder normal werden, umso stärker werden eben ihre emotionalen Zustände und sie bräuchte eigentlich einen Mann, der sie so sein lässt, wie sie ist und der eben, also, der da ist, der gut ist, dem es gut geht, der sich um sich selber kümmert und der eben, ja, auch sie ein Stück weit hält und ihr Sicherheit gibt. So, kompliziert. Körperlich. Ja, sie nimmt deutlicher wahr, ne, ihr Unwohlsein nimmt sie deutlicher wahr, ihr nicht mögen von ihrem Körper, weil sie eben jetzt mehr Kinos drauf hat. Ja, das ist ja ein großes Thema für sehr viele Frauen, ihr nicht lieben, sie sieht nicht, wie da ihre intimsten Teile aussehen, dann kann sie die auch nicht ins Licht bringen oder ist für viele Frauen schwierig. Ähm, all diese Dinge werden ja jetzt sozusagen durch diese energetischen Bewegungen hier, ähm, also, wir haben die Chance, dass wir die transformieren können und wenn wir sie nicht transformieren, dann fliegen sie uns sozusagen um die Ohren, ja. Und körperlich könnten wir sagen, ist das eben so ein bisschen der Fall bei vielen Frauen und wir dürfen eben als Frau lernen, uns, äh, zu, ja, uns zu mögen, uns zu lieben, uns, äh, wohlzufühlen mit uns selbst. So, was sind denn noch für komplizierte Frauen? Ja, dann haben wir noch die 72 Geschlechter und, also, ich habe das durchdrungen, ich glaube, ich habe da jetzt eine Antwort zu. Also, wir sind ja sozusagen in der Polarität männlich-weiblich und da gibt es jetzt eben 72 verschiedene Ausdrucksweisen, wie das erlebt werden kann und die heutige Zeit ist eben dafür geeignet und auch wichtig, dass wir es tun, nämlich, dass wir Dinge aussprechen, dass es sozusagen einen Namen, eine Bezeichnung gibt für etwas, wie wir etwas erleben und dafür sind diese 72 Begrifflichkeiten, die zeigen nicht quer sozusagen verschiedene Geschlechter, sondern die bewegen sich in der Polarität und bilden ab, was eben hier in dieser, in diesen Polen dazwischen, was da alles erlebt werden kann. So, und es ist ganz wichtig, jetzt in dieser Phase, dass wir es eben ausdrücken und dass wir es nicht bewerten, also, wenn wir davon hören, dass wir es nicht bewerten, sondern dass wir es annehmen, dass wir alles so annehmen, wie es gerade eben wahrgenommen und erlebt wird. So, und das wäre schon auch der Schlüssel und die Lösung jetzt für dich, lieber Mann, wie du mit dieser Kompliziertheit, Komplexität, Weiterentwicklung, höheren Schwingungen der Frau umgehen kannst, wie du sie eben, ja, halten und nehmen kannst, ohne dich davon bedroht zu fühlen. Dazu lade ich dich ein und ja, wenn das bei dir schwierig ist, wenn da keine Frau ist, wenn du gerne, ähm, mal diese hochschwingende Erfahrung machen möchtest mit einer sexuell befreiten Frau, dann lade ich dich gerne ein, zu mir zu kommen und dich mit mir zu treffen auf eine solche ganzheitliche Begegnung, denn diese ermöglicht eben viel höhere Erlebensweisen und verankert, ja, neue Erfahrungen in deinem Sein, die du dann ja auch mit jeder anderen Frau, ja, teilen kannst oder erleben und weiterentwickeln kannst oder eben vor allem ja mit deiner Partnerin, je nachdem. Gut, in diesem Sinne, ich umarme dich, ich drücke dich, alles, alles Gute für dich, lieber Mann.